Oh, es gibt Tränke. Ich schmerze mich gut. Ein Sperr. Die Welt haben wir noch, doch so. Nadios. What the fuck? Wow. Das Teil nimmt sich mit anderen Werten. Das Teil nimmt sich mit anderen Werten. Ich weiß, dass ich das nicht mehr verkaufen kann. Ich kann doch was verkaufen. Ja, das kann ich. Ich brauche nicht. 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 Ey, da finde ich... Was ist zu öfter? Da finde ich zwei? Ich brauche nicht. Alles verkaufen, ob ich in Reiz auf der Lage habe, oder nee? Verkaufen. Was will ich mir da schon... Ach, Kochung, wieso nicht? Zeit, ein paar Zwecke zu kaufen. Das wird nicht völlig zugrunde gehen. Danke, Alter, du hast mir geholfen. Ausrüsten. Wo war das Teil jetzt, was mir alles bloß gibt? Aha. Was haben wir hier? Ah, da oben sehe ich was. Ein Glücksbringer. Ich hoffe, er bringt auch Glück und hat gute Werte. Äh, ich habe keine Ahnung, was Glück überhaupt macht, deshalb lasse ich es lieber. Wusch. Zombie Terror. Oh, das Update der Karte hat es gebracht. Das heißt, ich muss jetzt noch... Rechts. Mann, so. Hey. Hey, ich will dieses Geld. Mann, jetzt muss ich ja sagen. Mann, das ist scheiße. Mann, das ist ja nicht so. Mann, ich will dieses Geld. Ich will mich gar nicht lang... Oh, natürlich. Ist klar. Kein Gott. Da will es noch langen, wie es aussieht. Egal. Spüre mein Hammer. Fick. Nein, nicht noch mal. Boah, machte mir jetzt noch wenig Schaden. Diese Rüstung, Robe, whatever, ist der Hammer. Oh, ja. Ja, weiter geht es. Oh, ich glaube, ich muss es noch nicht mehr machen. Unkwur. Okay. Ich muss auch noch mal. Heim. Eine Habte. Oder nein, sie reinhast sie. Einmal Waffe. Wo sie, wo sie, wo sie. Ah, keiner Waffe. Ähm. Naja, der Hammerhahn ist besser gefallen. Also bleiben wir bei Hammerhahn. Weil er geht es nach oben. Ja, und den irgendwie gelackt. Okay. Noch so ein Teil. Naja, hm... Warte, 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 warte. Noch so ein... Wie viel gibt es von denen denn? Oh, die Musik ist so geil. Jetzt kommt noch so eins. Wow, das ist... Und ein neuer Absprung. Wo kommen wir jetzt hin? Tanzer. Nicht wirklich, oder? Ah, okay, jetzt muss ich sogar so hoch springen, um das Teil zu kriegen. Ach, ich dachte schon, jetzt bewegt er sich. Seltsam, ich spüre eine dunkle Macht in dir. Wer bist du? Wie unhöflich andere auszufragen, bevor man sich vorgestellt hat. Oh, jetzt muss ich wieder so lange Dialoge lesen. Oh, das stimmt. Stimmt, mein Name kann ich nicht sagen. Und er nennt mich Y... äh, J. Äh, schweigst deinen Namen. Bist du ein Verbrecher? Nein, nein, ich habe... Ja, natürlich, angeblich hatte ich... Und von... Ich kann gesagt, ob ich alles vergessen hatte. Ach, ich verstehe. Ich habe mich verreden. Mr. J. Warum bist du ein Schuss? Nenn mich J. Ah, ich habe Angst, wenn ich Draculas Namen... Ich sei irgendwie, kam ich her und blieb mir an sie und seit der Erinnerung an die Licht zurück. Der Unfall war vielleicht, hat Dracula eine Sache im Spiel. Das ist fürchtlich, auch. Besonders da ich magische Kräfte aber auch... Du bist Exorcist. Ich arbeite nur für mich selbst. Ich muss sowas bestimmt nehmen, wenn ich es wieder... Ja, bis dann. Wow, jetzt war es gar nicht so lange. Stirb! Ich fiel halt wieder hinaus. Hm... Leistertänzer, Glückwunsch, der sich hier erhöht. Okay. Eine Waffe, an die ich nicht rankomme. Ich persönlich liebe es ja, wenn ich an Waffen oder Items nicht rankomme. Ach, und da komme ich gar nicht weiter. Nein, ich bin noch nicht zufrieden. Hier. Alter. Was ist hier? Ah, noch so kill. Mist. Hä, hä, hä. Worte. Blöder Wixer. Sag mal, kann sein, dass es mit dem Fall verdammt schwer ist mit dem Hammer irgendwas zu treffen. Nicht wirklich, oder? Ach, so schwer ist es gar nicht. Perfekt! Oh, pop auf die, natürlich. Also, irgendwie gefällt mir die Musik. What the... Was zur... Alter! Was soll ich denn da angreifen? Hä? Ah, da. Hab dich. Ich hasse Sachen, die ich nicht sehen kann. Ein Teleporter. Nein, nicht bleib' ich hier. Ah, so sieht man total schon wieder. Rücke! Das war klar. Nee, das seh ich nicht. Hm. Ich hasse unsichtbare Sachen, die ich nicht sehen kann. Ja, komm, ich hab nicht hoch. Ah, jetzt krieg ich bestimmt keinen Geistertänzer mehr. Scheiß drauf. Ah. Ah. Alter. Drecks. Viecher. Moment. Da links war der Warp-Punkt. Den brauch ich ja, also shit. Nicht mehr ist das gar nicht besser. Hä? Was wird um 8 erhöht? Hä? Was wird um 8 erhöht? Ich gucke auf, du mir ignorieren die einfach mal. Genauso wie den Kerl. Oder das etwas. Einfach nochmal hier hin, dass ich den Raum habe. Was ist der Weg? Was ist der Weg? Oh, oh. Kannst du knicken. Könnt ihr beide knicken. Äh. Oh Gott, das ist ein Gedächtnis. Bam. Doppelhit und Level up. Mach's nah. Ah ja, jetzt muss ich noch. Ach komm, so. Was soll ich das schon? Okay, was habe ich hier? Ach. Ach, da oben geht's hoch, oder? Ja. Hm. Links oder rechts? Ich bin jetzt links. Woher kenne ich dich nochmal? Das hat wehgetan. Das wird weh tun. Boah. Mist. Aber da hinten kann ich was kaputt machen, habe ich eben gesehen. Nöööö. Geht doch. Geht kaputt. Was ist das? Samurai-Rüstung, okay. Samurai-Krieg und Traum. Okay. Er hat meine Defensive. Samurai-Rüstung. Shit. Shit. Shit.